Hallo und herzlich Willkommen zu Kärn TV 90 am Donnerstag. Unsere Themen heute Berufsorientierung für Jugendliche im Lakeside Park, Verleihung von Landesauszeichnungen und die lange Nacht der Museen am 5. Oktober. Pop-up Be You. Unter diesem Titel konnten sich Jugendliche im Klagenfurtel Lakeside Park über ihre zukünftige Berufswahl informieren. Geboten wurde dabei ein abwechslungsreiches Programm. Von Jugend- und Jobcoaching über Workshops bis hin zu Gesprächen mit bekannten Persönlichkeiten. Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Schaunig begrüßte die Jugendlichen herzlich und stellte im Rahmen einer Pressekonferenz das Programm des Karriere-Events vor. Sie sind sichtbare Zeichen des Dankes und der Anerkennung. Verdiente Kärntnerinnen und Kärntner wurden im Spiegelsaal mit Ehrenzeichen ausgezeichnet. So verliehen Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrätin Beate Prettner das große goldene Ehrenzeichen an Thomas Bartel. Am 5. Oktober ist es wieder soweit. Landesweit öffnen zahlreiche Museen und Galerien ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer. Von 18 bis 24 Uhr können abwechslungsreiche Ausstellungen, spannende Events und Sonderveranstaltungen mit nur einem Ticket besucht werden. Alle Informationen finden sich unter langenacht.orf.at Lauten Applaus für stille Helden gab es in dieser Woche in Felden. Im Kasineum wurden freiwillige und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus zahlreichen Einsatzorganisationen für ihr Engagement geehrt. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser besuchte die Gala der Kleinen Zeitung und dankte den Ehrenamtlichen für ihre wichtige Arbeit. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch am Montag wieder dabei sind. Untertitelung im Auftrag des ZLB für jäste Untertitelung im Auftrag des ZLB Untertitelung im Auftrag des ZLB fürn ayuda. roof Vielen Dank.